bereit Hey Suzy! Hallo, warum nennst du mich Suzy? Bist du Suzy? Nein, was ist das, Tempoziehung? Es geht los, mein Freundchen! Hey, was machen wir denn so cooles? Du musst ein Flamingo malen! Wo steht das denn? Um links! Du musst jetzt ein Flamingo malen. Wie cool! Ich werde den besten Flamingo malen, der gewinnt halt das Battle. Wie lange haben wir Zeit? 247 oder so. Boah, das ist doch richtig geil. Ja, ich mag grad den besten Flamingo, den es gibt so. Ja, also ich sag dir, meins sieht auch schon mal richtig gut aus. Und die Leute können ja schon mal ein Like da lassen und die Glocke aktivieren, um hier nichts zu verpassen, oder? Meiner sieht alles aus, aber nicht geil. Warum? Weil, das ist so schlecht gemacht von mir. Weil ich dachte, du wärst ein guter Zeichner. Bro, was soll ich denn sagen? Ich weiß nicht, wie ein Flamingo grad überhaupt aussieht. Bro, menschlich gesehen abschauen. Bro, wie sieht's aus, wie so ne Kakerlake wickelt. Nein! Ehrlich? Okay, ich find meins schon mal sehr gut. Echt? Ja. Bro, was ist das überhaupt? Oh, Leute, guckt euch das mal an, das sieht richtig gut aus, oder? Seid mal ehrlich. Dann hier so, zack. Oh mein Gott, Bro, ich mach so eine komische Scheiße. Bro, oh mein Gott, seit wann kann ich so gut zeichnen? Oh mein Gott, Bro! Ich bin einfach Künstler geworden! Waaas? Was redest du? Oh mein Gott, Bro! Oh mein Gott, eine Minute und 39 noch um das zu zeichnen hier. Ich hol das einfach so raus hier. So. Fick noch vor mir so blaue Augen. Hey! Oh mein Gott, Dicke, ich bin so schlecht. Oh, das sieht so gut aus, Bro. Checkst du das überhaupt? So, dann kriegst du noch diese Farbe. Kann ich so mit einem Schlag alles voll machen? Ich glaube schon, aber Bro, keine Ahnung, wie das geht. Du bist dabei, Leinwand zu füllen. Dadurch wird deine Leinwand mit der ausgewählten Farbe gefüllt. Bist du sicher? Abbrechen. Nicht, dass dann alles gefüllt wird, wisst ihr, Leute. Hm, Pinsel. Hier vielleicht so? Ein bisschen Konturen rein. Ja, ein bisschen Konturen rein, Leute. Bisschen hier, ein bisschen hier. Das sieht doch... Ah, was war nicht hier? Oh mein Gott, ey. Bro, das sieht ganz krass aus bei mir. Bei dir? Echt? Ganz krass. Bist du Picasso eigentlich? Also, Bro, ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut zeichnen kann. Einfach Roblox Künstler geworden, oder? So, jetzt machen wir auch noch ein paar Konturen rein, so mit dem Lila. Wie? Hier ist Radiergummi, oder? Nein. Kann ich einen Schritt zurück? Ja, so. Pinselgröße, allein so, so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Was? Leute, sagt, was ihr wollt, aber das ist doch krank, oder? Hashtag Flamingoboss. Einfach Flamingoboss. Sag mal jetzt, Flamingo. Bro, das sieht so geil aus. Oh mein Gott, Bro. Let's go, Junge. Ich bin jetzt geschont. Jetzt will ich nur die Flamingos, Bro. Oh, was ist das denn? Nee, das ist für mich kein Flamingo. Keine Ahnung, welchen du gezeichnet hast, aber das ist für mich kein Flamingo. Wenn du das warst, dann ist es schlecht. Hm, findest du das? Ich fand den richtig gut. Was ist das? Bewerte diese Zeichnung. Das ist absolut schlecht. Was ist das, Bro? Kann ich auch null Sterne geben? Ja, keine Ahnung. Siehst du auch dieses Feuerbild oder so? Ja, Bro, so ein Feuerbild. Nee, das ist absoluter... Das ist absolut das Gag. Oh, das ist eigentlich cool, aber schlecht. Nein, das ist richtig scheiße, Bro. Aber die Position so... Das erste war bis jetzt so das Beste, finde ich. Nein, das sieht aus wie ein Vogel. Das erste war das Beste, Bro. Was sagst du? Hä, was ist das denn? Das ist cool. Nein, das ist Feudermüll. Doch, aber es sieht aus wie ein Flamingo, hä? Das erste war das Beste bis jetzt. Hätte er jetzt noch diese Beinpose gemacht bei dem wie der andere, dann wäre es nice. Oh, okay. Was ist das denn? Das geht schon auch. Das finde ich gut. Das kriegt von mir drei Sterne. Danke! Danke, Junge! Das hast du das. Ja, drei... Oh, das ist sogar ein bisschen besser, Bro. Vier Sterne. Das ist... Das ist... Das sieht halt aus wie so ein Comicfilm. Ja, das sieht gut aus. Hä, das ist voll geil. Okay, welches warst du das? Das erste bestimmt, gell? Alle. Es geht weiter. Oh Gott, das ist für mich gar nichts. Das kriegt von null Sterne, ein Stern... Wie kann... Einstern, ne? Das ist voll der coole Modus, Leute. Ich sag euch ehrlich. Lasst auf jeden Fall Like da, Leute. Und Glocke aktivieren, ey. Ganz... Oh, das ist geil. Oh, das ist das Beste des jetzt. Da muss ich... Naja, nicht... Vier Sterne geben. Nicht das Beste. Auf keinen Fall das Beste, aber es war... Ne Drei. Ne Vier. Aber es war nicht so diese Fünfer da. Und der Gewinner ist... Emil. Und nicht irgendwie, wenn ein Ball steht, ein Quadrat malen. Ein Quadrat ist praktisch gut. Guck mal, hier sind Sachen, die man malt, glaub ich. Guck mal, hier ist ein Flamingo. Merkt ihr die Sachen? So R, Ente, dies, das. Sicher? Keine Ahnung. Vielleicht war das einfach ein Zupall. Fuchs. Oh. Oha. Oh no. Oh no. Oh no, bro. Das ist schon hart, Digger. Ich sag dir ehrlich. Das ist schon echt hart. Da müssen wir mal kurz genau drauf achten, Leute. Wie sieht ein Fuchs überhaupt aus? Machen wir das mal so. Dann so. Also, ich... Boah, das ist... Das ist schwierig. Ein Fuchs, Leute. Boah, das ist echt hart. Ich hab aber jetzt... Ich sag dir ehrlich, ich hab mir grad einen Fuchs angeguckt, wie der so aussieht eigentlich. Ja. Damit ich ungefähr so ein klein Ding hab. So ein was? Vergleich. Ja. Meinst du, das kann dir was bringen, oder was? Ja, bestimmt. Meinst du, das bringt dir wirklich viel? Ja, bringt mir auf jeden Fall was. Das ist halt die Frage, die ich mir gerade stelle, mein Freund. So, hier dann die Augen. So, zack. Dann werden wir auf jeden Fall etwas bringen. Zwei Minuten von zehn ist echt eine gute Zeit. Dann machen wir hier so... So ein Schwänzchen. Zack. Vampirzine. So ein Schwänzchen, zack. Dann machen wir hier so diese Nase. Boah, das sieht auch wieder so gut aus, Leute. Ich kann nur sagen, was ihr wollt, aber das ist wieder erste Sahne. Die haben so eine richtig große Nase. Ich geb denen mal... Ah, rote Augen würde zu vampirmäßig vielleicht aussehen. Okay, okay. Dann so, dann so. So, sehr gut. Dann, liebe Leute. Brauchen wir noch so? Die haben ja eigentlich so einen robusten Halt, sage ich mal. Ich bin Picasso, ich sag dir ehrlich. Dann machen wir das so. So, und dann hier so der Popo. Zack. Okay, jetzt können wir so. Dann kommen wir hier zu den ersten Pfoten, Leute. Bam. So. Boah, Leute, wie gut das wieder aussieht, ey. Erste Sahne. Hier so Pfote Nummer 1, aber das muss noch so überkreuzt werden. Zack, weil das so im Hintergrund ist. Bam. Hilfe, es ist halt nicht mehr so viel Zeit da. Dann kommt hier noch so sein... ...ne andere Pfote. Und jetzt kommt noch sein Schwanz. Oh Gott. So einen flauschigen Schwanz. Sehr gut. Und... ...dann... ...machen wir jetzt die Konkurren. Bro, die Zeit ist gleich schon vorbei, Mann. Hm. Verdammt, Alter. Machen wir hier so ein bisschen... ...blo, das ist halt einfach nur... ...und das ist die Schublade, du. Ich sag's dir ehrlich. ...bisschen so... ...dann haben wir noch ihr so ein bisschen... ...ich schaff's nicht mehr zeitlich. Machen wir ein bisschen so... Okay. Ich sag dir ehrlich, ich bin trotzdem zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Zeit. Ich bin auch zufrieden, das war ein richtiger Fuchs. Oh Gott, was ist das denn? Du, das war's schädlich, junge Vampir. Warum? Was für ein Vampir? Was ist das denn? Alter, eine Klappe, das ist voll gut. Guck mal, wie viele Sterne hast du mir gegeben? Das warst du gerade, der Vampir? Ja, das war doch voll gut. Guck dir das mal im Vergleich zu dem an, Bro. Was hat der denn da gemeint? Ja, okay, das stimmt, das stimmt. Im Vergleich dazu war er krass. War er halt auch nicht gut. Auch nicht gut. Das ist für mich eine 2. Ja, ist besser als deins. Nein, für mich, meins war eine 4. Du hast ein Vampir gemalt. Bro, was für ein Vampir. Oh. Oh, wie süß. Oh, oh, that's good. Da muss man 4 Sterne geben. Das ist krass, ne? Da muss man echt 4 Sterne geben. Ich kann das gar nicht bewerten, weil es weiß ist. Nein. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Das kriegt von mir einen Stern. Nee, zwei, zwei, zwei. Wo war der Picasso? Wo war der Picasso? War echt gut. Hast du den gesehen, den Picasso? Hast du den Picasso gesehen? Das war gut, Junge. Oh, das ist natürlich stark. Wenn ich keinen Sterne gebe, kriegt er nichts, ne? Bro, keine Ahnung. Was ist das? Ich gebe einfach einen Stern, sonst am Ende, keine Ahnung. Weil das ist schmutzig. Also ich muss ehrlich sagen, deins war bis jetzt das zweitbeste. Und die Gewinner sind? Was? Die schummelt. Die schummelt die Rechte, Bro. Was ist das? Bro, die Rechte hat echt geschummelt, glaube ich. Aber meins war krass. Meins war krass, Junge. Meins war krass. Ich habe die Runde geholt, Bro. Okay, nächste. Bist du bereit? Ich bin bereit. Du bist bereit? Aber du musst ehrlich sagen, mein Fuchs war anders krass. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade so eingehen, Fuchs-Karikatur oder so. Bro, dein Fuchs war süß, aber nicht schön. Was redest du? Ich stelle mir einen Weid vor mit einem Bach, der in den Horizont ließt. Oh. Oh. Ich sehe ein... Braucht es ein wenig Musik? Kauf ein Radio. Oh. Tempo-ziehung. Tempo-ziehung. Was kommt denn jetzt wieder? Ne Katze. Katze. Das ist doch theoretisch das Gleiche, Bro. Das ist alles so das Gleiche. Das ist doch wirklich das Gleiche, ja? Bisschen. Ich mache jetzt die perfekte Katze gleich. Okay? Einfach die perfekte Katze. Wie machst du denn die perfekte Katze? Ich mache jetzt die perfekte Katze, Leute. Guck da jetzt zu. Zack. Zack. Und... Los geht's. Dann machen wir so. Ich weiß jetzt, wie ich meine Katze mache. Bro. Au. 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 Das ist der perfekte Tag. Das ist einfach die Katze, die das Jahrtausends lebt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das ist einfach die perfekte Katze. Weiß ich ja nicht, Bro. Wie kann man das so ausfüllen? Das will ich ja auch wissen. Das will ich ja auch wissen, Bro. Oh. Verdammt. So, sieht doch schon mal gut aus. Wie kann ich das denn jetzt ausfüllen, Freunde? Äh, wie geht das denn? Ich kann doch bestimmen. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Neueste Farben, Paletten, Pinsel. Kann ich nicht machen? So, jetzt habe ich schon mal den Kopf fast fertig. Oh, Mann, ey. Zack. Zack. Und zack. Oh, das sieht richtig gut aus. Mhm, meins sieht richtig gut aus, Bro. Du hast keine Chance, ja? Sicher? Ja. Kommt hier so zack. Ich kann mir versuchen, jetzt unsere zu erraten. Okay. Ich glaube, das ist aber immer die gleiche Reihenfolge. Echt? Ja. Aber immer du als erstes, denkst du? Ja. Können sagen, was sie wollen, aber ich muss mich ein bisschen beeilen, Leute. So. Zack, bisschen hier. Bam. So sieht's aus. Ich bin durch. Ich bin durch. Zeig ich dir, wie es ist. Ich bin durch, wie ein Ding. Das sieht doch gut aus. Ja, das sieht doch gut aus. Leute, hashtag Katzenkacke. Eins, let's go. Jetzt bist du dran als erstes. Deins, jetzt gucken wir dein Schmutzbild an. Oh, Mann. Das ist dein? Ich finde es gut. Das ist voll gut, oder? Egal, ich habe vier Sterne. Also, ich denke, das ist deins, oder? Ja, ist meins. Vier Sterne. Bro, das war stark. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall ein Stern. Das ist ein Stern. Das ist ein Stern, auf jeden Fall. Das wird vielleicht ein Battle gegen Hustik. Hustik gegen As for the Mew. Das wird krass. Ich muss ehrlich sagen, diesmal habe ich einen anderen Ziel gewählt. Das ist der hier. Das ist zwei Sterne. Findest du gut? Zwei Sterne. Das ist meins. Nicht deins. Da auch. Jetzt kommt meins. Guck jetzt meins. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Oh, das ist auch gut, Digga. Und dann noch ein extra Bonus mit gar viel. Das ist schon gut. Aber jetzt ist die Frage, meins oder seins? Ich gebe dir auch vier Sterne. Lass die Community bewerten. Also, die anderen bewerten, wer gewonnen hat. Das ist mit drei. Leute, es wird knapp vier. Ich habe mir auch vier gegeben. Er mir auch vier. Ich habe dir auch vier gegeben. Ehrliche Meinung. Komplett ehrlich. Ich war kurz davor, dir fünf zu geben. Boah, das ist finde ich schmutz. Nein, das sieht aus wie eine Zecke, Digga. Alter, das ist so ein cooles Ding, Verbot, ne? Das ist so geil. Das kann man auch so im Stream zocken. Das ist mega cool. Oh, das ist cool irgendwie. Aber irgendwie... Das sieht nicht wie eine Katze aus, aber... Drei Sterne gebe ich auf jeden Fall. Ja, doch. Komm, drei. War kreativ. Das ist keine Katze. Das ist wie so ein... Seerobbe. So Seerobbe wäre das. Stimmt. Und die gewissen ich. Nein! Kaffee! 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 Warum tüßen wir das an? Komm, finale Runde, oder? Oh, bitte nicht. Ja, komm, finale Runde, Bro. Was kann man eigentlich mit diesen Münzen kaufen, die man bekommt? Keine Ahnung, wenn das gut ankommt, können wir ja zweite Folge machen. Leute, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare ein, ob wir noch ein paar drehen sollen. Jetzt kommt auf jeden Fall das finale Battle. Ich sag dir ehrlich, ich wollte dich jetzt Hopps nehmen. Ist das so? Ja. Auf jeden Fall. Ich würde dich jetzt... Findest du meinen Affenkoko? Affenkoko ist süß, ja. Koko, 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 Koko. Ist ganz süß. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt. Kommt wieder ein Tier. Ich hoffe jetzt irgendwas so, ja, nicht Katzentechnisches. Schildkröte. Brrrrrr. Bisschen gucken, wie Schildkröten aussehen. Hm. Boah, das ist... Also Schildkröte ist schon schwieriger, sag ich dir, wie es ist. Hm. Das könnte aber klappen, Leute. Das... Ich mach jetzt erstmal... Oh, ne, die... Boah, Schildkröte find ich schon hart. Also ich sag dir ehrlich, Schildkröte ist nicht ohne. Es ist nicht ohne, meine kleine Kaffeebrude. Es ist auf jeden Fall nicht ohne. So, Leute, wir kriegen das gut hin. Denkt einfach an Ninja Turtles, okay? Denkt einfach an Ninja Turtles. An Ninja Turtles. Zack. 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 Dann hier so, zack, 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 zack. Dann hier so, zack. Zack. Dann hier so das Schildpanzerkröte. Bam. Okay. Das ist schon echt schwer. Das ist sehr schwer, Bruder. Das ist sehr schwer. Und dann hier so der Schwanz. Zack. Jetzt brauchen wir... Ich brauche braun, bro. Mhm. Bist du braun, kriegst du fraun, bro. Bist du braun, kriegst du fraun. Dann hier so der Panzer. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gut ist, bro. Ich weiß es doch gar nicht. Das ist echt schwer. Ja, ist echt schwer, Bruder. So richtig wüsst du es. Also das finde ich jetzt auch sehr schwierig, du. Schade, dass man nicht ausfüllen kann. Das wäre das Geilste dann noch. Das wäre eigentlich so wichtig, bro. Was meinst du mit Ausfüllen? Ja, dass ich... Eine Sache anklicke und dann so paint-mäßig alles voll, weißt du? Ja, das ist echt cool. Hm. Wir haben aber nicht mehr so viel Zeit, Digga. Eine Minute, ich muss mich beeilen. Ich muss mich doch beeilen. Bro, das ist echt schwierig. Ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht für Painting-Skills reichen, hier. Also... 30 Sekunden, ich muss mich beeilen, bro. Ja, das war es für mich. Ich sag dir ehrlich, also ich glaube, dieses Battle bin ich echt unter der Schublade, so. 26 Sekunden, das könnte noch was werden, bro. Das könnte noch was werden. Ich muss aber ehrlich sagen, als zweifacher Champ, so ist es voll okay, jetzt mal Pause zu machen. 10 Sekunden, bro. Boah, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich bewerte ehrlich jetzt. Ist okay. Das ist geil. Bro, was ist das da oben? Oh Mann, ja, ich hatte keine Zeit mehr, bro. Digga, deine Schlickritte sieht aus wie ein kleiner Wurm, der aus dem Panzer rauskommt. Ist auch geil. Bro, ich sag dir ehrlich, ich habe verpeilzert bewertet bei deinem. Oh Mann. Ich habe gerade gar nicht bewertet bei deinem. Das ist für mich eine 2. Eine 3. Eine 3 sogar. Ja, eine 3. Denn das war meins. Ah, ha, ha. Hä, wieso ist das jetzt weiter? Boah, das ist echt groß, Alter. Sieht echt aus wie so eine geile Schlickritte. Wie gibst du mir so drei Punkte, Alter? Das war auch eine... Du hast Schwanze... Boah, das ist irgendein Insekt. Das ist für mich eine 1. Mein zwar besser als deins. Weiß ich ja nicht. Mein zwar besser als deins. Die Community wird entscheiden. Oh Gott. Oh, das ist eine 2. Eine 1. Okay, das ist das finale Battle, Bro. Also das ist das finale Battle tatsächlich. Ähm... Voll blöd, wenn man so früh kommt. Dann kann man die anderen nicht sehen. Oh Gott. Oh, das ist gut, Bro. Das ist eine 4. Eine 3. Äh? Eine 3, ja, komm. Das ist ja von oben. Da fand ich unsere besser. Das ist ja nur so... Wow. Doch, eigentlich eine 4. Ich glaube, der letzte gewinnt. Ja! 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 Leute, ich bin jetzt schon für die Aus. Ja! Leute, like, abonnieren, nicht vergessen. Gluck, klicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao, Leute. Bitte nicht. Ciao, Leute.